Aber orientierungslos bin ich! Ich verlaufe mich um die Ecke von meiner eigenen fucking Dusche und der Badezimmer ist nur drei Karate Meter groß. Wie dämlich muss man sein! Mein Gott, wie dämlich muss man sein! Wenn ich einkaufen gehe, gehe ich spazieren, ich gucke in das Schaufenster, gucke nach unten, gucke ich nach oben. Okay, wo war ich? Woher muss ich? Wo kam ich? What the fuck is happening? I don't know nothing! I'm like, oh shit, gucke einfach nach oben.